Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren kleinen Podcast. Ich möchte hier geschwind darstellen, wie ich zu Valorant stehe, weil ich es halt nach wie vor in den Streams sehr oft gefragt werde und auch unter den Videos immer wieder die Fragen kommen in den Kommentaren und ich will mich nicht totschreiben müssen beziehungsweise mir jedes Mal den Mund fusselig reden, sondern es einmal sagen oder aussprechen und dann kann ich es ja überall verlinken. Wisst ihr Bescheid? Also los geht's! Ist Valorant besser als CSGO? So oder so ähnlich halten sich die Fragen, die mir gestellt werden und da gibt es eine kurze, schnelle Antwort und zwar nein. Valorant ist nicht besser oder mir lieber als CSGO. Ich spiele beide Spiele gerne. Mir gefällt Valorant sehr gut und mir gefällt auch CSGO sehr gut. Im Moment ist natürlich Valorant hart gespielt von vielen, weil die Closed Beta eben da ist. Also wie der Name schon sagt, es ist eine Closed Beta. Sie ist nicht für alle, wobei dann doch irgendwie gefühlt jeder einen Key hat und sie ist auch nur auf eine gewisse Zeit begrenzt. Das bedeutet, gerade jetzt muss man eben oder sollte man, wenn man Valorant antesten möchte, reinspielen und darum sind die Zahlen eben auch dementsprechend so krass für Valorant gerade. Aber sobald diese Closed Beta rum ist, wird natürlich CSGO auch ganz normal weiter gedümpelt. Ich spiele ja auch im Moment nach wie vor CSGO, nur halt nicht so oft wie sonst, da Valorant im Moment am Start ist und das ja nur zeitlich begrenzt ist. Ich war noch nie jemand, der großartig Spiele vergleicht und sich dann sagt, ich nehme einfach das Bessere von beiden, sondern wenn mir ein Spiel gefällt oder wenn mir Spiele gefallen, dann spiele ich sie. Völlig egal in welche Richtung der Hype oder Hate Train fährt, wenn mir das Zeug zusagt, dann spiele ich es. Wenn ich dann nicht. CSGO und Valorant haben im Kern viele Gemeinsamkeiten und darum denken wohl einige, man müsse sich eins aussuchen und dürfte das andere nicht mehr spielen. Ich denke, dass diese Gedanken im Marketing mal entstanden sind. Sicherlich nicht jetzt bei Valorant vs. CSGO und sowas, sondern schon lang, lang ist es her. Irgendwann dachten sich die Spielehersteller, hey, wisst ihr was, wir bringen was raus und bringen das so unter die Leute von wegen, das ist der nächste CSGO-Killer, Fortnite-Killer, Cod-Killer, Battlefield-Killer, Minesweeper-Killer, was weiß ich. Und die Leute springen natürlich voll drauf an, das hypt das Spiel ordentlich hoch. Was, das soll besser sein als, schlechter sein als, und schon rasten alle aus. Um zurück zum Thema zu kommen und vor allem zu einem Fazit, was Valorant und CSGO betrifft, ist meine Devise folgende. Beide Spiele werden gespielt, Valorant jetzt etwas mehr, da es eben zeitlich begrenzt am Start ist. Sobald das weg ist, werden sich die Zahlen sicherlich auch wieder relativieren und gut ist. Ich werde beide Spiele spielen, ich finde beide Spiele gut und bekomme auch bei beiden Spielen ein Tilt, wenn es kacke läuft und habe dann auch kurze Zeit keinen Bock auf beide Spiele mehr. Fertig ist der Lack. Ihr dürft mein eben gemachtes Statement natürlich sehr gerne kommentieren. Ich bin auch gespannt, wie ihr über diese gesamte Sache denkt mit diesen Hype- und Hate-Trains. Ich habe es ja eben ganz kurz angesprochen. Es scheint so, als wenn es einfach, also ich denke, es ist eine Marketingstruktur, die irgendwann mal aufgebaut wurde. Ich kann mir nicht großartig vorstellen, dass Spieler großartig ernst genommen haben von Anfang an. Also egal bei welchem Spiel, oh nein, es kommt ein neues. Das Spiel, das ich die ganze Zeit spiele und liebe, wird mir auf einmal unwichtig werden, weil jetzt Minecraft 2 rauskommt. Und oh, ich glaube, dass diese ganze Masche aus der Feder der Marketingleute ist und eher weniger aus irgendwelchen Gaming-Communities oder Spiele-Communities entstanden ist, die aufeinandertreffen und sich jetzt sagen, oh, unser neues Spiel kommt raus, euer Spiel ist bald obsolet oder irgendein Kack. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es mit dem heutigen Video. Danke fürs Reinschauen und für die Likes, für die Kommentare. Wir sehen uns dann morgen im Livestream um 18 Uhr. Wir fangen mit CSGO an und machen dann natürlich mit Valorant weiter. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.